Servus Leute, willkommen wieder zurück zu Xenoblade Chronicles 2 und hier wieder in Moor Adain oder ich glaube sogar, wie hieß die Hauptstadt? Keine Ahnung. Auf jeden Fall werden wir hier von ziemlich vielen Soldaten angegriffen, während die Leute immer noch auf der Straße stehen und keine Ahnung was machen. Also hier stehen immer noch rum, als wäre hier halt nix, obwohl auch gerade oder im letzten Part eine Bombe hochgegangen ist. Zumindest gab es einen lauten Knall. Was bist du? Ne, du bist auch nur so ein Meister. Du bist nicht wirklich eine Herausforderung für uns. Das werde ich dir jetzt auch zeigen. Was ich mich auch frage, im letzten Part war diese Cut-Sequenz mit dem Bart und so. Da hat ja Meister irgendwie zu Nia gesagt, bist du und dann ging es nicht weiter. Was? Verdammt, was? Es kann jetzt alles kommen. Bist du ein Mann? Bist du... keine Ahnung. Es gibt so viele Möglichkeiten, was sie da jetzt hätte sagen können. Ich will wissen, was es ist. Ich bin in solchen Sachen immer sehr neugierig. So, jetzt setzen wir mal Proton ein. Der Meister wird sowieso nicht mehr lange machen. Das ist aber wirklich ein ziemlich guter Schaden, der da von der Meistertechnik ausgeht. Kriegen wir die Stufe 2 noch? Naja, das ist... Das konnte ich wieder nicht angreifen. Das war's. Und wir kriegen 200 EP. Wow! Der Hammer! Wir sind gleich da, wenn wir noch einen Weg finden, da hinzukommen. Dann sind wir da. Ach, hier sind wir vorhin... Ja, doch. Alles richtig. So. Warten! Bitte! Tora wird ignoriert, dann muss Tora hinterher. Wie es hier gerade rumgelöst ist, hat mich irgendwie mehr ans große Krabbeln erinnert. Mit den Heuschrecken. Hoppa! Hoppa und seine Bande. Da gab es doch diesen komischen Grashüpfer. Was war das denn? Was war das denn? Bitte! Wir können doch gerade gar nicht unsere Stufe 4 Meistertechnik einsetzen, die wir in jedem Kampf absolut einsetzen. Aber das ist schon irgendwie ein bisschen doof, na? Wenn die Ekis so mächtig sein soll, wieso kann sie dann ihre Stufe 4 Spezialtechnik nur einsetzen, wenn der Himmel frei ist? Meine Pyra kann das auch, wenn er nicht frei ist. Ja, 143 EP. Ja, 143 EP. Wie gesagt. Da... da drüben ist sie. Jetzt muss ich einen Weg finden. Ah, Moment mal. Hier vorne lang? Ich hatte auch irgendeine Tür am Anfang, irgendwann letzte Folge geöffnet und dann war ich weg. Hier lang und ich glaube... Ja, hier gibt's einen Weg. Kacke. Ach, Mensch. Kann er nicht einsehen. Wir sind zu dritt. Wir sind Meister und... Ja, also da müsst ihr doch eigentlich sehen, okay, ich hab keine Chance. Wieso lege ich mich jetzt mit denen an? Jetzt steht er wieder toll an der Wand. Das ist auch irgendwie jetzt gerade so in Mode gekommen in dem Spiel. Ich werde... Fertifur um. So, jetzt was ist es einfach kurz zum Anschluss ein. Bisschen Schaden macht's ja immer noch. Ganz gut eigentlich sogar. Oh, da ist was seltenes weggefallen. Nein, das will ich mir noch holen. Ja, Ausrüstungs-Items. Sobald wir hier mit dieser Hauptmission erstmal durch sind, also weil wir jetzt wissen, was es mit Lila auf sich hat. Dann werde ich erstmal meine Waffen durchgucken und die erstmal wieder verbessern. Und ich meine jetzt halt wirklich die Waffen, also mit diesen Splittern. Und gucken wir mal, was wir da alles zur Auswahl haben. Ach, Mensch. Ja gut, der alarmiert die anderen, dann müssen wir jetzt gegen drei, vier Gegner kämpfen. Gucken wir mal, ob das was wird. Denn der Hund zählt auch als Gegner. Und ich wette, der ist der stärkste von den allen. Guckt euch doch mal, wie die Versage antwortet. So, und... Gleich kann man auch schön flächen, wenn wir uns setzen, aber man muss das alles kämpfen. Und... Nee, das ist nur ein Umgefallen. Ich dachte, ich meinte, es werden alle umgefallen, aber das ist nicht passiert. Das ist ja natürlich schon super. Und das ist eigentlich auch ein Flächenangriff. Es sah so aus. Gleich. Ja, dann machen wir jetzt den Hund, genau. Hallo, der Hund. Jawoll. Oh, Mia hat neues Level erreicht. Das kann jetzt aber nicht lange her sein. Ich meine, ja, ich habe jetzt nicht wirklich geguckt, aber... Irgendwann wird's schon... ...anfang dieser Folge passiert sein. Nee, nicht wirklich aufgefallen. Wirklich, der Hund ist der stärkste. Was ist denn nur los mit euch? Der hat jetzt von allen am längsten durchgehalten. So, jetzt setzen wir mal die Stufe-2-Spezialtechnik ein. Aber nun gut. Ich wusste nicht, dass da noch so eine Tast... ...so eine... ...D-Mesh-Aktion kommt. Bewege dich doch noch ein bisschen, damit ich ihn von hinten angreifen kann. Und zack. Und das war's. Ja, alle Items fallen runter. Die hole ich mir jetzt aber nicht. Und da sind wir. Warten! Warten! Meister-Pon! Tora darf nicht aus Augen verlieren. Poppy, bitte auch verfolgen. Bitte so schnell, wie kann hinterher rennen. Jetzt ist er aber auf dem Boden. Jetzt können wir sie schnappen. Müssen wir einfach nur hier runter... Ich versuche ein bisschen, die Soldaten zu rumlaufen, um nicht noch mehr Zeit zu verlieren. Und wir sind da. Ich bin da. Woher war ich denn? Tora, du kennst dich das vorhin? Was? Du hast mir so ähnlich, aber... Du bist der Kiku. Kiku? Ja. Es ist ein Blades, Mann. Ich kann es nicht verstehen, Mann. Ihr Lieben, der E-Tel-Lohan liegt. Ich bin sicher, Kikku! E-Tel-Lohan-Lohan-Lohan-Lohan-Lohan. Ich bin sicher, dass ich mich nicht unterbrechen bin. Ich denke mal nicht, dass es besonders nach... Oh, wir haben sogar den Endgegner überlevelt. Das ist cool. Das wird wahrscheinlich nicht sehr lange dauern. Das ist halt ein bisschen doof, leider. Dass ich keine Möglichkeit habe. Ich könnte wechseln. Genau, wir setzen jetzt Steinschlag ein. Oh, verdammt. Ich hätte... Ah, ich wollte eigentlich eine Wasser-Dingst machen und dazu hätte ich Mia gebraucht. Aber Mia hat jetzt auch komischerweise die Fähigkeit nicht mehr bereit. Hä? Moment mal. Wann? Wann bitte hat die mich umgeworfen? Ich sollte lieber mit Maitra kämpfen, aber ich kann gerade nicht. Nicht mich! Los, nicht mich! Bei Mia hat immer noch volles Leben. Jetzt wirft sie um, Tora! Oh, Mann! Tora, aufstehen, bitte! So, wir wechseln mal wieder auf Pyra. Wow, das ist echt gerade... Also, was macht denn die für einen Schaden? Ich muss halt echt sagen, ich habe gerade keine Meister-Combo. Ich kann gerade keine vernünftige Reihe einsetzen. Vor allem, warum ist sie so stark? Sie ist ein Level unter uns. Und sie wirft uns einfach hier hin und her und... Unbesiegbarkeit, warum nicht? Das ist die für einen Schaden nach. Ich hoffe, wir müssen sie nicht ganz runterkloppen. Ich finde nämlich auch, dass Mia gerade ihre Heilungs-Sachen ziemlich vernachlässigt. Gut, das war gut. Ich glaube, ich muss mal ein bisschen hier mit KP-Kapseln und so rausholen. Sonst wird das nichts. Los, hebt mich auf! Danke, danke! Was, wir kriegen über die Hälfte an KP wieder. So, Mia, jetzt darfst du angreifen. Ganz genau, sie hat nämlich gerade die Wasserschwäche. Boah, ich glaube, wir müssen sie wirklich ganz runterkloppen. Eben! Mia, du hast doch auch Heilungsfähigkeiten. Dann setz sie doch bitte mal ein. Los, Tora, wir brauchen dich. Infektionen? Oh nein, jetzt ist alles vorbei. Wir, 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 wir können sie nicht besiegen. Also, was Pyra gerade fehlt, ist echt scheiße. Wir haben gerade nämlich keine Möglichkeit, eine ordentliche Kette an, ja, hier so, wie ist das? Wir, oh, oh, wir wurden besiegt, deswegen haben wir einen Schlüsselerfolg bekommen. Wow, sie ist ja eine komplett andere Klinge. Was haben wir hier? Mädchengespr... Sie hat wirklich Mädchengespräch. Also, das ist halt wirklich hier so, was? Konzentration. Konzentration. Oh, ja, Desserts, aber da sind wir noch gar nicht. Nicht-Element, okay. Kauf in Läden ein. Lande kritische Treffer, erreiche maximale Harmonie im Kampf, weiche Angriffen aus. Ja, das geht alles. Oh. Okay, ich glaube, wir sollten erst mal kurz ins Kampf, äh, ins Kampf, äh, ja, ins Kampfhaus wollte ich gerade sagen. Nee, ins, ins Gasthaus, zurück. Ich möchte mal die... EP einsetzen, die ich habe. Ich glaube, das wäre recht nützlich. Ja. Oh, Empathie-Stufe 3, es wird immer besser. Ich weiß nicht, warum, warum, warum sind wir jetzt hier alle feindselig? Ich kriege eine Macke. Genau, da ist das Gasthaus. Nein, das ist das Gasthaus. Ich hoffe, ich weiß nicht. Ich habe hier wirklich nichts getan, außer mal ihre, äh, Basis im Gormat angegriffen. Aber die können nicht wissen, dass ich das war. Hoffe ich zumindest. Willkommen in Juggalos. Ja, ich brauche einen langen Aufenthalt. Der kostet 800 Gold. Ganz schön happig. Und wir machen Stufenaufstieg auf die... Also das wäre ein Level. Machen wir auf die 32. Das dürfte dann hoffentlich reichen. Nia kommt sogar schon auf die 33. Was sonst? Und Tora noch auf die 32. Genau, so ist schön. So, jetzt können wir losgehen und uns nochmal mit ihr messen. Vielleicht schaffen wir es jetzt. Aber es ist wirklich gerade einfach doof, weil wir haben gerade keine vernünftige Kette, die wir aktivieren können. Und wenn man hier um eine Ecke biegt, ist schon wieder ein Gegner da. Das muss ich nicht verstehen, oder? Oh, Jaku! Na, los geht's. Also das ist jetzt gerade einer der ersten Gegner, wo ich sage, wow, die ist Level 29 und haut uns einfach um. Ich meine, wir haben sie auf die Hälfte gerade mal runtergekloppt. Und ich muss jetzt irgendwie eine gute Kette finden. Ich kann generell überhaupt nicht mitmachen eigentlich. Ich muss alles irgendwie Nia machen. Ich meine, guckt euch, dass man einfach viel von Faden macht. Gibt es da irgendeinen Trick, den man irgendwie besser gegen sie bestehen kann? Ich glaube es nämlich mal nicht. Ich glaube, wir lassen einfach Nia weiter Giftwasser einsetzen und Tora ist gleich schon wieder besiegt. Ich muss einfach mitmachen. Ich muss, ich muss mitmachen. Jetzt ist natürlich keine Kapp-Kapsel erschienen. Was ist denn das bitte? Ja, das war gut. So, Nia, Wassersog. So, die 4. Nein, das war nun cool. Hat es überhaupt Schaden gemacht? Ich habe gerade nichts gesehen. Und den wirklich Schaden habe ich gerade wirklich nicht gesehen. Noch mehr Kapp-Kapsel, wir müssen einfach jetzt möglichst viele Heilungstechniken einsetzen. Tsubogi habe ich gerade nicht dabei, sonst würde ich wahrscheinlich eher mit der kämpfen. Na, Moment mal, ich kann doch jetzt auch Rock wechseln. Ja, nehmen wir jetzt einfach mal Rock. Und dann kann ich nämlich Verheerung einsetzen. Hier, nur noch gut. Ich kriege eine Macke. Und das war doch ganz guter Schaden eigentlich. Jetzt muss ich nur wieder erwarten, dass ich nochmal Maitra reinholen kann. So, und jetzt geht es wieder los. Ich glaube, jetzt können wir es schaffen. Ich muss halt nur daran denken, dass ich jetzt meinen Ankerschuss einfach mit dazu einsetze, um Kappel wiederzuholen. So, und da kommen wir mit hier wieder und jetzt ist Tora wieder voll. Boah, die frisst jetzt einen Haufen Meistertechniken. Teilt aber auch wirklich ordentlich aus. Ich hoffe, wir müssen nie wieder gegen die Kämpfen. Ich könnte wieder auf die Verheerung gehen. Aber ich glaube, das schaffe ich nicht mehr rechtzeitig. Umwerfen, jawoll, umwerfen mit Epidemie. Und jetzt Stufe 2 Meistertechnik. Ich, ich, ich habe gerade wieder keinen Schaden gesehen. Oh ja, aber jetzt, jetzt, jetzt kriegt man es hin. Oh, diese scheiß Unbesiegbarkeit. Nicht mich angreifen, bitte nicht. Wie auch Tora, der kam das ab. Die ist dann auch wirklich wirklich gleich kaputt. Ja, dass die nie wiederkommt. actuallyht nichtما gut aus. Ich mich? Oh, natürlich, natürlich. Ich habe überhaupt nichts gemacht. Sie dreht sich um und geht volle Kanäle auf mich. Aber ich glaube, wir können es schaffen. Vielleicht auch nicht. Sieht gerade nicht wirklich gut aus. Wenn wir das jetzt noch kurz vor Ende verlieren, ich kriege eine Macke. Schon wieder. Sie haut mich halt jetzt einfach um. Immer und immer wieder. So, na genau, die letzte Technik natürlich nicht. So, naja. Können wir sie nicht einfach gehen lassen? Harmonie-Erfolg erzielt? Nee. Ich wollte Plus drücken, nicht X. Hey, cool. Ja, ganz viele Bedingungen, die wir noch nicht sehen. Licht der Strafe. Erreiche maximale Harmonie im Kampf. Ja, das kriegt man eigentlich auch ganz gut hin, wenn die Gegner nicht so sind, wie sie jetzt gerade sind. Waren. Ich reise hier lieber per Schnellreise durch die Stadt, denn ich weiß gerade nicht, was hier los ist. Anscheinend wurde ich auch zum Gegner von Moa Dein ausgerufen. Ich habe das nicht verdient. Ich wusste, dass ich ein Gekun mit meiner Frau aufbauen hatte. Ich wusste, dass ich nicht auf die Hände gehabt habe. Ich wusste, dass ich auch meine Gekunze und meine Fäder hatte. Ich wusste nicht, dass ich meine Gekunze nicht mehr so aufbauen konnte. Aber ich wusste, dass ich nicht mehr so aufbauen konnte. Man muss es aber auch nichts mehr so aufbauen. Aber... Gehen wir weg, Tora! Gehen wir weit weg! Und irgendwann, mit deinem Hand! Nachdem, Tora ist in der Stadt der Trigo geblieben, und mit dem Papst aus dem Papst geblieben und Äthelroh geblieben. Ich weiß, wie es die Fläche einbricht? Ich weiß nicht, was die Fläche der Fläche erinnert? Ich weiß nicht, aber es ist nicht verstanden. Ihr könntest dem Fläche nach Kiku nicht mehr wissen. Das Fläche der Fläche ist Kiku nicht mehr. Warum ist es in Spelvia? Sie wissen, wie war es bei den Flächen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht mehr. Aber ich weiß nicht, was ich nicht mehr wissen. Frau? Als ich die Forschung habe, Kiku war es nicht geregelt. Ich weiß nicht, dass ich das, was ich nicht. Was ist das? Der Vater der Tora ist, dass sie noch nicht leben. Sie sind hier, was sie? So, ja. Ich bin sicher, dass sie sich zu ihnen... Die Leute, die da! Die Reichweite? Sie sind wirklich... Das war ein ganzes Wettbewerb, aber das ist ein Wettbewerb. Melef, das ist das Geistige. Der Geistige ist unser Wettbewerb. Was ist das Wettbewerb? Was ist das Wettbewerb? Was ist das Wettbewerb? Was ist das Wettbewerb? Ich glaube, dass ich meine Frau von Hanna verabschiedet habe. Was ist das Wettbewerb? Ich glaube, dass du das Wettbewerb hast. Wie ist das Wettbewerb? Was ist das Wettbewerb? Wir haben nicht das Wettbewerb! Es ist ein Wettbewerb! Wie kommt deine Ansp töten? Bei皆さん sollte ich das Mddbewerb werden mit dem einen guten Punkt Ciao! Wir müssen aber noch nicht beim Zeitmarkt sehen! Die arrivareannya sind für dich! Das haben Sie noch gehört! Vielleicht verabschieden dich! Was ist das Wettbewerb? Aber jetzt gerade geht es wieder. Ich muss halt... Einer ist weg. Sehr gut. Das macht es schon mal leichter. So, zuerst immer diese hier... Ja, die nennt man die Zeitkicks. Unwichtige Menschen. Wow, das war cool. Und gleich hier so eine riesige Heilungskapsel rausgeholt. Es war doch noch einer. Genau, der hier. Also Leute, los. Danach ist Murak nämlich auch kein Problem. Die haben auch schon mal besiegt und die ist auch nicht so stark wie die andere Klinge. Und gegen die können wir dann alle möglichen... allen möglichen Scheiß rauspfeffern. Vor allem, wie kann ihre Klinge so stark sein, wenn Nia nur einmal eine Wasserfähigkeit einsetzen müsste und dann wäre sie gelöscht. Das verstehe ich nicht ganz. So, ich würde mal sagen, Stufe 4. Ja, habe ich das exzellent bekommen, aber ich... Ich suche den Schaden, den ich gemacht haben soll. So, Tora, jetzt setzt du mal Steinschlag ein. Ich könnte mit Feuer weitermachen oder... ...denn ich hier auf den Wechsel und mit Gaias Faust zuhaue. Oh, Mist, da habe ich es nicht. Ja, und das war's auch. Wir haben keine Elektro-Klinge. So, ich muss mich seitlich von ihr stellen. Wenn die Tora einfach nicht alles aushält, das ist so extrem. Jetzt, jetzt schwankst du. So ist Tora, werfst du um? Ja, na gut. Das war jetzt nicht so. Krass. Und zack. Der Schwertschlag ist halt wirklich irgendwie... Der kommt mir so vor, als wäre der stärker... ...als... Oh man, ich muss noch mal angreifen. Ja. Mist. Konntest du nicht umwerfen? Nein, nicht aufgepasst. Ja, ja. Hier, der Schwertschlag macht 5.017 Schaden. Das ist mehr als die Kugel für Spezialtechnik gemacht hat. So. Groß Paira, wenn man sie braucht. Umwerfen, wir haben es geschafft. Sie liegt und jetzt hier Stufe 3 Spezialtechnik. Nicht mehr viel, also Morak ist wirklich im Vergleich zu Lila eine Lusche. Ich nenne sie Laila, ja. Laila klingt besser als Lila. Sehr gut. Kost bin ich aber nicht. Ja! Also sind Sie. Schwertschlag ist das Ellianz. Schwertschlag. Die Kugelkhan-Sena-Left. Kost bin ich auch nicht. Dann machen Sie die Kugelkhan. Ich hab sie ja vor, aber ich verarbe. Ich hab mir nicht erholen. Ich hab mir mit den Schwertschlag. Ich bin der Fall, der sich in die Welt verletzt hat. Was hast du? Ich hab mich für den Wettbewerben. Ich bin das, was ich nicht verstehe! Ich bin der Fall, ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. Ich bin der Fall, ich bin der Fall. ... Ich habe es gut gesehen. Ich habe es wieder mit dem Geist. Ich habe es wieder mit dem Geist. Ich habe es nicht nur für dich. Ich habe es nur für dich. Sohoho, das ist es noch nicht. Du bist? Ich habe es sicher, dass ich die Abartheteer-Kreis-Kreis-Kreis. Merlef, bitte 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 bitte. Ich habe es nicht in den Krieg, die die Arten der Krieg in den Krieg gelegt. Ich bin der Jäger von mir. Ich bin der Jäger von mir. Was ich? Ich bin der Jäger von... Entweder die Jäger von Jägerl, aber ich kann nicht genau sagen, ob ich sie im Bordelchen verletzten. Das ist nicht so, was ich hier im Bordelchen. Ich bin der Jäger von mir. Und wie es das ist, wenn du mir, aber es ist anders. Ich habe die Jäger von dir nicht gesehen. Ich habe mich gesehen, wie du mir in diesem Land. Ich habe mir, seit ich mir die Musik ausgesucht. Aber ich habe gehört, wie du mir auf diese Trägerlchen. Ich habe auch einen Bericht Major von Nill-Tier. Ich habe mir Sie격 im Tieren gesagt, dass wir uns berücksichtigen. Ich habe den Erdbewerb von Nill-Tier-Tier-Tier-Tier-Tier. Ich habe nicht an das, was ich bewegt. Ich habe ihn gewusst. Die Begrüntung ist nicht so schön. Ich habe mich für wenige, wie es ein Verzugs ist. Ich schaue mich die Begrüntung an den Hemen. Ah, das geht aber nicht. Oh, ich weiß nicht, dass ich keinen Gehäuse habe, aber wenn ich ein Verständnis entdeckte, dann kann ich es nicht. Ich habe mich, Herr Kikouche, für die Erwärmung, dass ich mich nicht verletzen kann. Ich habe mich nicht verletzt, aber ich habe mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich ein paar Jahre lang verletzen kann. Ich habe mich nicht verletzt, dass ich mich nicht verletzen kann. Das war's für mich. Also, ich kann es nur sagen, dass ich es nicht möglich war. Also, wenn du dich mit dem Verlangen hast, was du mit dem Verlangen hast? Kannst du dich erzählen? Das war's für mich. Das war's für mich. Entschuldigung. Wir wollen uns mit dem Kioto gehen. Kioto? Ja, wir haben diese Menschen-Glade genutzt, und wir wollen die Menschen im Hintergrund fangen. Der Kioto ist, dass sich die Menschen in die Geschichte befinden. Ich denke, es ist ein Problem, aber... Ich glaube, das ist so. Ich weiß nicht, dass ich mich vergessen habe, aber ich habe schon mal ein paar Mal gemacht. Ich weiß nicht, dass es so gut ist. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass ich das nächste Mal mache. Ich weiß nicht, dass ich mich nicht mehr aufhören möchte. Ich habe viel Zeit, was ich zu sagen. Ich habe es nicht so zu machen. Ich bin sehr gut, aber ich bin sehr sicher. Dann bin ich jetzt seitens von den Karten. Ich kann nicht mehr, aber ich bin so zufrieden. Ich werde mich jetzt auf die Station zu sehen. Ich habe mich aber nicht mehr aufgelenkt. Ich habe mich nicht mehr in den Töten. Ich werde mich einfach nach oben zurück zurückgekommen. Ich weiß nicht, dass ich etwas überrascht. Ich hoffe, dass ich den Künstler und der Künstler und der Schleppel zu erzählen könnte. Ich weiß nicht! Es ist aber auch sehr, was ich... Soll das auf dich und die Künstler zu erzählen? Wie funktioniert das? Du hast die Künstler mit dem Stimmen gearbeitet? Du hast, was ich für dich nicht so bereit bist. Du hast gerade nicht so bereit. Ich bin nicht so, was ich. Ich bin nur noch so, was ich. Ich bin nicht so, was ich. Was ich für die Dreibe? Ich bin so, was ich. Und... Was ich? Ich bin so, dass ich mich nicht sehen kann. Ich bin so, wie ich es nicht sehen kann. Wo, 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 wo. Es hat so etwas. Aber es war doch gut. Es war so, wo, wo wir uns das, wo wir uns bei Kikum. Also, wir suchen uns bei Kikum. Ich werde hier auch die Handwerker um. Wir sollten uns etwas auch mit den Tatezou-Hakase finden. Das ist so dumm. Der nicht verschwunden ist und die trauen dem einfach so. Es ist scheißegal. Ey, Leute, denkt doch mal bitte nach. Etwas menschliche Logik kann man sich doch wohl wünschen, bitte. Ah, boah, hat mich das jetzt aufgeregt. Okay, Leute, wie gehen wir die Suche an? Irgendwelche Ideen? Hm, herumgehen und die Leute nach Hinweisen fragen wird wohl nichts bringen, oder? Stimmt, es war stockfinster. Da wird kein Mensch irgendwas gesehen haben. Nuhuhuhu, jetzt ist perfekter Zeitpunkt für Tora, um wahres Genie raushängen zu lassen. Hast du einen Plan, Tora? Bitte lausche Spitzen. Fakt ist ja, kann nur einer Lila zum Ende gebaut haben, und zwar Thoras Papapon. Ja, das erwähntet ihr bereits in der vergangenen Nacht. Poppy wiederum wurde auf Grundlage von Plänen gebaut, die Tora von Papapon gekriegt hat. Bedeutet, Lila und Poppy sind von Aufbau her gleich, sind praktisch selbes Modell. Was wiederum bedeutet, dass sie auch aus ähnlichen Materialien konstruiert wurden, richtig? Nunu, genau, äh, nee, Nunu, genau. Oh, verstehe. Wir müssen also nur rumfragen, wenn ein Moa Dein diese Materialien angekauft hat, dann finden wir einen Konstrukteur. Poppy ist überrascht, guter Gedanke von Meisterpon. Seltene Freude. Und was sind das für Materialien, die man für eine künstliche Klinge braucht, Tora? Als allererstes natürlich Ätherofen und dann jede Menge Kleingram. Tora zählt auf. Tetrack-Kreis, Schlangengelenk, Aschestein, Delta-Gefäß, Hasendiode, Wandlungskugel, Photonspirale, Märchenriemen, Rad, Archendetektor, Insektentyp, optimal Distanzsensor, Bion-Konnektor, Halt, Stopp. Ah, ich hol mir das ganze Zeug und dann baue ich meine eigene künstliche Klinge. Geht's noch? Wer soll sich das denn bitte alles merken? Tora verblüfft über kurze Aufmerksamkeitsspanne von Freunden. War gerade mal im Dreißigstel von Liste. Das ein oder andere Mathematik kam mir sogar halbwegs bekannt vor. Naja, Bion-Konnektoren oder so wie die hießen, muss man ja schon sammeln. Also, für ihn besorgen. Ja, diese Bion-Konnektoren hieß es nicht, die wären häufig in Gormod zu finden beim Bergungstauchen. Seit einiger Zeit sogar nur noch in Gormod. Gibt nirgendwo sonst. Mit anderen Worten, wer auch immer leider gebaut hat, muss Material aus Gormod importiert haben. Stimmt's? Dann sollten wir uns am Hafen von Anangham nach weiteren Anangham oder sowas nach weiteren Anhaltspunkten umhören. Ja, vielleicht fänden wir dort eine Spur. Versuchen wir es einfach mal. Okay, Leute, das machen wir aber beim nächsten Mal. Wo ist Layla? Ich möchte aber nicht nochmal gegen Layla kämpfen. Äh, ja, natürlich. Das ist wirklich so dumm, dass die einfach diesem Assistenten vertrauen. Ohne Mist, das macht mich fertig. Hm, ich möchte mich nicht so dumm, dass es nicht so dumm ist. Hm, ich möchte mich nicht so dumm, dass ich das nicht so dumm bin. Gut, Leute, wir machen hier erstmal Schluss. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dann, haut rein! Bis dann, haut rein!